Ich muss natürlich auch vom Team selber wieder meine Informationen einholen. Also das ist nochmal der Punkt von vorhin mit quasi Schritt zurücknehmen und alles mal irgendwie abdecken. Aber bei sowas ist unser Favorite von 101 Gesprächen, ist halt gerade am Anfang auch eine wichtige Sache, wo es tatsächlich um analysieren und evaluieren gehen muss. Also da geht es gar nicht um irgendwie sofort Aufgaben verteilen. Also wie wir es ja schon vorhin gesagt haben, ist, ich bin Neuführungskraft, endlich, jetzt kann ich Aufgaben verteilen und irgendwie managen. Erstmal ein bisschen zurückschalten, versuchen erstmal alle kennenzulernen, weil das wird, wenn man so will, das wird später beim Managen der Menschen auch helfen. Die Beziehungsebene sprechen wir auch oft an. Also ich kann ohne Beziehungsebene nicht sofort reingehen und Leute herumschicken mit, du musst das machen, du musst das machen und wir werden das machen. Sondern lass mich erstmal schauen, wie ihr arbeitet, die und die Ziele wurden uns vorgegeben, das und das wollen wir erreichen. Wie geht es dir mit dem bisherigen Prozess, was sind deine Ziele, wie arbeitest du gerne? Und dann kommen wir schön langsam auf dieses komplette Bild, wo ich dann, sagen wir so, gefestigt bin in meiner Führungsposition.